So hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Megaprojekt. Wir gehen noch direkt auf den Server drauf, wo wahrscheinlich immer noch Reol drauf ist. Wie gesagt, ich produziere vor. Ja, der ist immer noch da. Und was wir diese Folge machen werden, ist eine neue Quarry aufstellen erstmal. Die haben wir hier bei Geräten. Quarry. Und dann brauche ich noch Solar-Pinels. Ich glaube, ich crafte mir zuerst noch ein paar neue Solar-Pinels, bevor ich das mache. Die haben wir ja, brauchen wir Solar-Pinels. Müssen wir neue machen. Dafür brauchen wir Copper. Ist das schon fertig hier? Ne, tun wir mal Copper nach oben. Da brauchen wir einiges von. Unten haben wir noch nichts drinnen. Aber schon einiges an Eisen und Tin auf jeden Fall. Nice. Ich dachte, wir schlafen gehen. Er zaubert. Jupp. Mein Copper fehlt aber immer noch. So, läuft. Dann werden wir jetzt... Oder gehen wir die Quarry stellen, die Folge? Ja, doch. Aber erstmal ein paar mehr Solar-Pinels. Wie gesagt, der Copper muss erstmal durchlaufen. Wir können ja währenddessen schon mal schauen, was wir noch brauchen werden für die Solar-Pinels. Wir brauchen ja noch Rubber ein bisschen, wäre gut. Rubber brauchen wir nicht. So. Dann gehen wir jetzt einmal quer auf die Stadt und klauen über Rubber, während noch Copper ein bisschen durchschmilzt. Da auch noch. Da ist nichts, wie es aussieht. Ja, perfekt. Dann geht es gleich weiter. Da. Hopp. 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 Ne, bei Kev gibt es nicht so viel zu holen, glaube ich. Bei Broken Zooms aber, die haben da eine schöne kleine Rubber-Farm da hinten. Das ist eigentlich auch eine gute Idee, wie die das aufgestellt haben hier. Aber da ist aber gerade voll nichts dran. Die haben wahrscheinlich gerade erst geerntet. Oder ist hier außen was? Ne, auch nicht. Dann werden die gerade erst geerntet haben. Bei Revy können wir noch ein bisschen was abgreifen. Aber wie seid ihr da überall Löcher drinnen? Damit er da selbst reinfällt. Wenn er hier die Bäume ernten will. Da ist eins drinnen. Aber sonst nirgends. Hier vielleicht. Da oben, oder? Ne. Da aber auch nicht. Gibt es doch gar nicht. Hat der hier sonst nichts mehr. Da ist, glaube ich, was, oder? Ne. Habe ich mich verguckt? Hm. Wer hat denn noch Rubber-Trees, wo ich mir ein bisschen was klauen könnte? Äh, das Ding ist möglicherweise Oh, wie heißt der? Der Huan-Sohn. Ähm. Hey, Concraft hat den Keller. Gucken wir doch mal rein. Spoiler, 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 Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und wieder hoch. Er hat auf jeden Fall was geschafft. Zur Abwechslung mal. Essen mal kurz was. So, und dann klauen wir mal beim Mojang ein bisschen Rubber. Oder Sticky Resin, besser gesagt. Oh Gott. Davon brauchen wir ja wirklich viel. Nächster Zeit jetzt. Also, gleich im Prinzip. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Äh. So. Passt. Oh, da bellt mein Hund. Oh nein. Hör auf damit. Egal, ich denke, das dürfte jetzt nicht allzu störend sein, oder? Okay, möglicherweise schon. Verdammt. Ich hätte den reinholen sollen. Es ist halt schon dunkel draußen. Es wird langem. Oder sollte ich den eigentlich reinholen? Aber der wollte unbedingt nochmal raus. Deswegen geht der jetzt gerade so ab, weil meine Eltern wahrscheinlich zurückkommen. Moment, ich schließe eben kurz das Fenster. Das kann ich machen. Dann hört ihr das nicht mehr so laut. Jo, meine Eltern kommen gerade zurück. So. Und Moment, äh, ich unterbreche nochmal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Äh, war nur ganz kurz, wie gesagt. Eben noch was geguckt. So, Moment. Da unten ist noch eins. Hab ich dich erwischt, du kleine Draxaule. Jetzt dürfte da oben vielleicht auch schon wieder was nachgewachsen sein. Mal schauen. Zack. Noch ein bisschen was. Da haben wir ein bisschen. Wo sie sind? Ah, da. Da ist auch ein bisschen. Hier ist aber nichts mehr. Ja gut, das war's dann. Boah, aber fast drei Stacks Rubber ist das dann, ne? Auch richtig krass. So, warte, hier. Ja, kann ich hier rufen. Tun wir da ran. Dann läuft das Ding. Genau. Passt. Perfekt. Das arbeitet immer noch. Aber da ist schon einiges an Copper jetzt da. Nehmen wir einfach mal drei, sechs Copper raus. Und machen uns daraus diese Dinger. Zack. Boah, das sind viele. Da brauchen wir auch genug Rubber. Aber wir kriegen jetzt gleich noch was. So. So. Und so. Das war's. Mehr kriegen wir grad nicht hin. Jo, ist aber einiges, würde ich sagen. So, dann holen wir jetzt noch ein bisschen Tin. Was ist hier unten drinnen. Nehmen wir mal zwei Stacks. Nehmen wir auch zwei Stacks Refined Iron. Und sonst brauchen wir, glaub ich, grad nichts mehr. Was ich noch machen kann, ist ein bisschen... Alter, du stehst immer genau vor der Kiste, würde ich nicht mehr, das kann das sein. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle. Man, da Kohle, da ist draus. Brauchen wir auch noch für viele Sachen. Und der Macerator arbeitet gerade eh nicht. Perfekt. Gut, dann brauchen wir noch Redstone. Nehmen wir auch mal ein Stack. Dann machen wir erstmal Batterien. Die gingen so, so und so. So. 32 Stück. Ist doch schon mal was. Dann brauchen wir Circuits. Das heißt mehr Redstone. Weiß grad nicht, wie viele wir da hinkriegen werden. Aber ich denke einige schon. Dürfte ganz gut laufen. Oh, Copper Cable. Ja, 32 Stück. Perfekt. Ja, wir kriegen jetzt gleich noch mehr. Denn hier kommt jetzt noch Rubber raus. Da ist noch einiges drin, sogar. Können wir hier wieder nachcraften. So. Machen wir noch mehr Circuits. Wir brauchen eigentlich 64, damit es perfekt ist. 37, 38, 39. Dann brauchen wir wieder mehr Copper. Äh, nicht mehr Copper, sondern mehr Rubber. Kriegen wir da unten raus. Ich kann jetzt eigentlich mal ein bisschen von meinem Juju-Meta verpulvern. Nehmen wir da einfach mal zwei Stacks. Dann machen wir Sticky Resin. Wie genau ging das? Das war so? Oder? Warte. Nein, so war ein Kakteen. Ich muss grad gucken, wie genau das ging. Ich kann ja einfach hier mal Usage machen. Ne, kann ich nicht. Verdammt. Dann kann ich aber hier mal Sticky Resin. Resin. Nein. Kriegt man da direkt Rubber draus, oder? Ähm. Nein, nein. Nein, nein. 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 Hm. Muss ich eben nachgucken. Dann schauen wir mal Juju-Meta. Googlen wir einfach mal. Boah, ich hab was im Auge. Nicht gut. So. Mal schauen. Ich hatte das nämlich mal in meinem Kommentar gelesen, dass es geht. No? Geht das so nicht? Ah doch, da. Boah, da kriegt man sogar richtig viel raus. Krass. Dann machen wir das doch einfach mal mit einem Stack. Pfff. Krasse Scheiße. Okay. Boah, das habe ich in Zukunft nicht mehr vor. Also dieses Juju-Meta werde ich verpulvern und dann werde ich wahrscheinlich nichts mehr herstellen. Müssen wir mal kurz gucken. Oh, meine Katze will jetzt raus. Na toll. Dann unterbreche ich nochmal ganz kurz. Boah, das wird eine gesplittete Folge des Todes. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause. Und... Jo, da kommt auf jeden Fall was drum rum. Passt. Und so. Jetzt mangelt es wieder am Copper, aber da haben wir ja noch einiges drinnen. Machen wir einfach nochmal so viel, glaube ich. Mal schauen. Boah, konnte auf einmal die Pilsko so creepy um die Ecke laufen. Boah. Schock. Meines Lebens. Jo, das geht hier schön durch auf jeden Fall. Los, natürlich schön. Perfekt. So. Aber erstmal können wir jetzt das Copper Cable, was wir momentan schon haben, verbraten. Und dann machen wir hier Refined Iron und da Redstone dran. Mal 55, das sieht schon gut aus. Und 58. So, jetzt brauchen wir wieder mehr Copper Cable. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das geht gut dran. Das könnte möglicherweise schon reichen. Nein. Komm wieder her. Ich brauche dich. Ich brauche dich. So. Redstone. Ja, das reicht schon. Haben wir 64. Perfekt. Gut. Dann machen wir noch Iron Furnaces. So. Einen Stack davon. Die Eisenfarme hat sich echt gelohnt. Ohne Scheiß. So. Dann brauchen wir... Ja, ein Stack war sogar zu viel, aber egal. Dann brauchen wir noch mehr Refined Iron. Nehmen wir mal... Ja, noch ein Stack wäre gut. Haben wir da drin. Perfekt. So. Dann... Zack, 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 zack. Generator. Und nochmal ein Generator. 32 Stück. Jetzt mangelt es wieder an Batterien. Aber mit den 32 Stück können wir dann... 32 Solar Pendeln machen. Das sind 4 Low Voltage. Perfekt. Das ist doch schon mal was, würde ich sagen. Und hier mache ich mir noch ein bisschen Copper draus. Muss eben gucken, wie das geht. So. Und das machen wir dann hier wieder ran. Haben wir ein bisschen davon verbraten, aber das ist ja okay. Ich habe nicht vor, in Zukunft so viel Yuvi Metal zu nutzen. Deswegen, denke ich mal, ist das in Ordnung. Gut. Packe ich das dann noch drauf. Vielleicht brauche ich das dann gleich noch, das Refined Iron. Da unten haben wir ja auch einigermaßen viel Zeugs. Gut. Und nochmal wieder ein bisschen Rubber, nachdem wir gegessen haben. Und gleich ein Stack. Passt. So. Und. So. Gut. Dann... Brauchen wir noch mehr... Ja, machen wir noch mehr, ne? Würde ich schon sagen. Machen wir noch mehr Circuits erstmal. Wie viel geht? 15 überall. Ne, wird nicht reichen. Äh, so, so. Na toll. Ah doch, da haben wir noch nen Stack. So, dann machen wir kurz den hier. So. Splitten wir das gleich überall gleichmäßig auf. Und ich weiß, dass es eigentlich anders schneller gehen würde, glaube ich. Zumindest. Passt. Passt. Dann... Ich hab keinen Redstone. Fuck you. Tu. Redstone. Ah Gott. Das war falsch. Aber egal. Es geht auch so. Gut. Dann das da so hinüber. Dann haben wir wieder viele. Eigentlich. Ist doch in Ordnung. Da haben wir dann schon wieder ein bisschen mehr. Es gab was nachgekommen auch. Ich denke, wenn wir die ganzen Copper Cable hier noch benutzen, dann dürften wir da gut auf die... Auf das Medium wollte ich zuarbeiten auf das zweite. Und das können wir dann auch gleich für die Quarry nutzen. Dann hat das die optimale Geschwindigkeit, glaube ich. Das ist doch was. Das ist doch was. So. Die brauche ich da nicht drinnen. Das brauche ich hier drinnen. Das brauche ich hier drinnen. Sonst geht's mir wieder in Redstone aus. Nehmen wir einfach mal noch zwei Stacks da raus. Haben wir ja noch genug von. Nehmen wir dann Stack Refined Iron zum Beispiel. Und dann machen wir das hier wieder. Weil ich würde gerne einen MV Solar Ray benutzen, um meine Quarry zu powern. 40 Stück. Sehr schön. Müssen wir nur noch warten, bis das hier weiter geht. Ah, da haben wir eh schon wieder 60. Also können wir direkt weiter craften. Finde ich sehr gut. Dass das so rasant da hingeht. Wie ist das eigentlich? Es ist hier jetzt Nacht gewesen. Wie viel Strom haben wir da jetzt rausgezogen? Loll, fast gar nichts, ja. Also so eine MFSU ist echt cool. Und das MV Solar Ray auch richtig geil. Gut, dann... Ups, das ist irgendwie komplett falsch. Machen wir das da ran. Dann Redstone und... Ich find Iron. Zack. 48. 50. Das heißt, pro Stack kriegen wir jetzt etwa 10 Circuits. Jetzt müssen wir eigentlich mal kurz warten. Können wir jetzt irgendwas anderes machen? Ich glaub nicht, na? Aber ich könnte auch schon mal die Sachen für die Quarry hier reinpacken in den Backpack. Nehmen wir mal ein paar Gobble Pipes mit. So ein halber Stack. Dann... 16 Iron Chests. Ich mach mir daraus mal einfach auch Iron Chests. Einfach weil ich's kann. Einfach weil ich's kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam. Iron Chests. So. Gut. 1, 2, 3, 4, äh... 2, 3, 5. Perfekt. So, dann haben wir jetzt ziemlich viel Iron Chests. Hatte ich noch mehr? Hab ich die mitgenommen? Ich mein, ich hatte die mitgenommen. Äh, wenn dann hier. Ne, hatte ich nicht. Okay. So, wir nehmen mal einen halben Stack Iron Chests mit, würde ich sagen. Das sollte genügen. Locker sogar. Ja, ich glaub schon. Dann nehmen wir mal 24 mit. Das dürfte auch schon reichen. Gut. Dann... Deer Pipe wäre ganz gut. So, und eine Void Pipe. Die klassischen Sachen halt. Das kann rein. Dann brauchen wir logischerweise die Flory. Okay. Hm. Die haben wir hier. Dann ein... Äh, nein, nein. Ein paar Kabel. Genau, das war's, woran ich gesucht hab' das Wort. Nur noch 5 Stück. Das wird, glaub ich, nicht reichen. Müssen wir wieder welche nachcraften. Dann die 3 Engines hier. Ich glaub, das war's eigentlich schon. Dürfte hinkommen. Gut, dann nehmen wir wieder Rubber raus. Kann mir dann sowieso ein Portal setzen. Ob der Imran einfach was angewohnt hat. So, noch ein bisschen mehr Copper. Ist da unten drinnen. Nehmen wir einfach mal 2 Stacks jetzt. Das dürfte reichen. Zack. Und zack. Perfekt. Dann machen wir dann mal stackweise Copper Cable wieder. So. Läuft. Wieviel brauche ich noch? 14 Stück. Okay. Dann das Redstone hier. Gut verteilen. Und das ran. Dürften ja maximal 14 gemacht werden. Perfekt. Läuft. Dann noch ein bisschen Tin. Stack wird, glaub ich, nicht reichen. Ich brauch noch nen Stack. Aber da noch. Sehr schön. Zack. 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 Und zack. Dann. Die Iron Furnaces müssen wir jetzt umcraften. Habe ich noch Refined Iron? Fünf Stück. Ups. Da gucke ich gern Himmel. Das hab ich nicht. Nehmen wir noch ein bisschen was. Das reicht aber leider nicht. Nehmen wir noch nen Stack Iron hier raus. Und tun den... Ja, ich hatte eh noch einen. Tun den mal da oben rein. Wir brauchen jetzt nämlich grad Refined Iron. So. Das kommt dann erstmal so rüber. So verteilt. Ja, so viel wie wir mal machen könnten. Doch, es reicht schon. Es reicht schon. Passt. Kommt das da hin. Und die Batterien wieder oben. 64 Generatoren. Dann... Die Circuits. Jetzt... Da ist der andere Stack. Dann brauche ich jetzt nur noch Cold Dust und Glas. Glas habe ich eh noch. Drei Stacks brauche ich dafür. Eins, zwei, drei. Und Cold Dust wird hier drin sein. Eins, zwei, drei. Perfekt. Dann fertigen wir das mal an. Oh, ups. Ich vertausche das immer wieder. So. 64 Solar Panels. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt... Wie viel? Acht... Acht LV Transformer. Nein, die heißen LV, oder? LV... Transformer, genau. Sind... Acht davon sind... 8 mal 3 ist 24. 24 und 16 davon. Das heißt, ich brauche 24 Copper. Dann brauche ich noch Holz. Und zwar... Wie viel? 4 mal 8 ist 32. Das machen wir dann mal so. Ich habe keinen Copper mit. Entschuldigung. Das wollte ich nicht drehen. Tut mir leid. Tut mir leid. So, verteilen wir das einfach mal gleichmäßig auf, wenn es locker reichen würde. So. Dann Copper Cable und LV Transformer. Läuft. Ups. Immer wieder passiert mir das. Dann die Solar Panels. Verteilen. Zack. Low Voltage. Und dann brauchen wir einen MV Transformer. Den machen wir mit dem Double Insulated Gold Cable. Machen wir einfach mal ein paar... Wieso ist da Zucker drinnen? Wieso habe ich überhaupt Zucker damit? Ähm. Doch stimmt schon. So. Zack. Ups. Brauchen wir Roba. Lol. Ist das fertig? Ist das fertig? Ist das fertig. Kommen einiges an Rubber noch rum. Double Isolated. Mehr geht eh nicht, ne? Genau. Mehr geht eh nicht. Sehr schön. Dann können wir hier noch einen Machine Block machen. Geht ja locker easy. Na komm. Runter da. So. MV Transformer. Und damit präsentiere ich, wir haben unser zweites MV Solar Ray. Medium Watcher Solar Ray. Von mir aus. So. Dann können wir jetzt eigentlich wieder kurz einsortieren gehen. Und zwar muss ich die hier hinten eintragen. Bei den Kabeln. Die sind hier. Ne. Die sind da unten. Und das ist gelb. Das kommt zu gelb. So. Dann. Rein mit euch. Ihr Säcke. Tree Tab auch. Das Teil kommt da hinein. Dann. Das arbeitet immer noch. Genau. Aber das kann ich mal alles rausnehmen. Und das tun wir dann einfach mal hier rein. Das andere holen wir auch. Also den Rest. Das auch noch Coldast. Hab ich Coldast irgendwo. Hier hinten. Äh. Nicht da drin, wo ich jetzt gerade geöffnet habe. Aber da hinten. Ja. So. Das sollte klappen. Dann können wir noch den Rubber rausnehmen. Der kommt dann da auch noch rein. Mit den Plänen, die ich habe, haben wir eh bald eine unendliche Rubberquelle. So. Tun wir das dran. Und dann sortiert das da alles rein. Läuft, würde ich mal sagen. Das sieht voll cool aus, wenn das hier so durchgeht. Aber manche sind langsam. Die werden, glaube ich, von den anderen Attems gebremst. Wenn die am Anfang gleich alle gleichzeitig durchgehen. Aber ich denke, das passt schon. Ein Tinningwirt. Nein. Schnell einsortieren. Wo ist Tin? Hier unten. Und das ist grün. Das ist nämlich ein anderes Tinningwirt, als die sind. Aber das ist ja okay. Wir sind ja nicht rassistisch und deswegen tun wir das da auch hinein. Gut. Brauchen wir jetzt noch irgendwas? Ja, ein paar mehr von den Kabeln wären gut. Moment, hier ging das. Krieger ist Fiber Cable. Und zwar die Version. Sechs Glas. Und dann brauchen wir ja vier davon. So. Und sechs Glas. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Perfekt. Dann craften wir das auch noch schnell. Zack. Und rein damit. Ja, das Portal, das Spark, das können wir einfach wegmachen. Da sind wir doch nicht dazu gekommen. Ich dachte, die kommen heute noch unten, aber... Und kommen dann zurück oder sowas. Aber... Wer weiß. Sie werden irgendwann kommen und dann werde ich sie erwarten. Dann werde ich sie erwarten. Dann zeig ich euch. Oh ja. Und wie ich das werde. Kann... Mein Chatpack ist voll. Sehr gut. Dann nehmen wir doch einfach mal... Obwohl nein. Ich mach das... Hinten... Bei... Wie heißt das? Komm schon. Mir fällt es jetzt nicht ein. Gibt es noch nicht. Meine Törtel brauche ich noch. Meine Törtel braucht noch. Gut, dass ich darauf noch gekommen bin. Wo habe ich meine Törtel reingetanzt? Die Frage der Fragen. Aber wirklich, unter was würde ich eine Törtel ansetzen? Gucken. Da nirgends. Toll, das sehe ich hier nicht. Muss ich hier reingucken. Gibt es nicht. Oder was würde ich eine Törtel-Rand sortieren? Die steht da oben. YOLO. Ich hätte Kopper. Gib mir den Kopper. Äh! Schnell. Weiter mit. Uhaha. Los Kopper. Tu es. das hier geht brav weiter. Sehr schön. So gefällt mir das. Gut, dann müssen wir jetzt Tuttle Fuel Level Warte, wie ging das? Fuel Level Fuel Nein Fuel Level Wie ging das? Der Schelp Help Ups, nicht gelb Help Programs Achso, nein, nur Help Programs Ja, sehe ich da vielleicht an Nein, das wollte ich nicht So Irgendwas mit Fuel Get Fuel Level Ach, scheiß drauf. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich merke mir das nie. Ohne scheiß Ich nehme die Tuttle einfach mit und Etwas Kobbel wäre auch nicht schlecht Nehmen wir mal so vier Stacks Kobbel mit Zwei, drei, vier Dann noch Landmarks Die wir wo haben Habe ich jetzt eigentlich Ne, habe ich nicht Wo haben wir Landmarks Hier unten Genau Eins, zwei, drei, vier Und Ja Dann brauchen wir noch drei Schalter Eins, zwei, drei Läuft So, gucken wir mal Quarry Engines Medium Watcher Solar Ray Turtle zum Aufstellen Pipes, Kisten Leverlandmarks Ich glaube wir haben alles Wenn nicht werden wir es dann spätestens wenn wir dort zu merken Gut Was ist da hinten eigentlich passiert Ist irgendwie kaputt aus So, da gehen wir mal bei Spark ins Senator Portal Weil das plant ihn mir da weg Weck Und, wir gehen Dann habe ich hier noch ein Portal Ne, habe ich nich Ööhöööö Härunter Genau dann mal hier lang da wo wir die quarry für die auch schon hatten beide stück beide stück vor allem ja junge beide stück so gehen wir da ran und die kommt auf einem vulkan die quarry müssen wir schauen wo wir einen vulkan haben aber ich denke mal hier in der nähe dürfte irgendeiner sein das dürfte nicht das problem sein einen vulkan zu finden haben wir öl aber mit öl fangen wir nichts an solarenergie finde ich besser für eine quarry gucken einfach mal in die richtung weil jetzt gehen wir play vorbei da wo der seine quarries hatte weil ich glaube dass es in die richtung war der auch wieder neue aufgestellt hat er gesagt drei stück vorhin vor zwei folgen war das für euch weil er das auf jeden fall gesagt wer jetzt allerdings nicht aber wieder drei stück aufgestellt hat er hat auf jeden fall gesagt er hat wieder quarries platziert also gehe ich davon aus dass es mehrere sind hier hat er halt alles abgegrast vorhin da waren drei quarries auf einmal und da hat er hier ordentlich alles zerlegt gucken wir mal in die richtung was da so ist ich habe hier auf der erkundungstour ja schon mal einen vulkan gefunden und so weiter aber das problem ist halt dass ich nicht mehr weiß wo die die vulkane weil ich habe mehrere gefunden da auch oh gott spring hier vernünftig hoch los geht doch und hier ist leider keine farmcraft an schon oben da vorne sind zeppelin ja wir sollten an der küste bleiben auf jeden fall vielleicht mal so in die richtung schwimmen wir mal da mit quantum power durch oh gott nein schnell gehen auf dem grund des meeres tue es hier vorne waren wir drinnen glaube ich kann das ja nicht allzu weit sein mit dem vulkan ich glaube nicht dass der da hinten war jo da ist er perfekt weil wir brauchen jede menge basalt marble haben wir ja genug aber das basalt wäre ganz praktisch moment ist das ein spinnenbaum ja das ist normaler den haben wir auch schon geöffnet glaube ich leute ist ein dorf in dem vulkan sehe ich das richtig egal wer das denn prokensums tv ist noch immer da also schon wieder besser gesagt wie geil ist das denn da ist auch kaum lava pass mal auf wir nehmen mal hier ein bisschen kobbel und stopfen hier die lava zu weg oh lol wie weit geht das runter geht das bis auf den grund wird zu sein denke ich mal aber wir werden das schließen der story kann nicht durch lava arbeiten habe ich von euch im stream gelernt so kommt perfekt gott wie weit geht das denn runter kann ich eigentlich auch mit basaltkoppel stopfen ist ja im prinzip egal weil der wird ja eh wieder auf einer quarry abgebaut dann beziehungsweise wir bauen eh wieder instant ab es ist so viel aber ist okay jetzt habe ich nur zwei gesetzt und wieder nur zwei es waren drei gott wie tief geht das denn noch da unten ist wasser es geht einfach durchs wasser durch oder was als ob die lava okay hier ist zu ende oder du hier ist überall obsidian perfekt dann ab nach oben jetzt müssen wir gucken wo wir das beginnen ich würde aber mal sagen hier irgendwo immer mal hier hoch okay passt dann nehmen wir mal die turtle warte wie geht die noch mal die nach rechts er stimmt so rahmen 64 bitte danke liebe turtle freut mich dass du so nett zu mir bist dass du das für mich tust so dann können wir uns ja noch mal kurz ein bisschen erde holen damit wir hier oben das aufbauen können unsere op schaufeln es reicht locker locker flocking vor der groove so dann hier nach oben ein bisschen die plattform bauen wo die quarry dann im endeffekt stehen werden alles so hier noch ein bisschen platz rüber dann drunter auf jeden fall auch noch eine schicht wegen den engines so dann machen wir hier mal unser portal hin passt und dann können wir schon mit den landmarks beginnen glaube ich stellen wir mal die erste da hin und die zweite da drüben wie ist das aber wir könnten eigentlich mal kurz das umfeld erkunden weil ich weiß noch nicht ob wir hier schon überall waren das schadet ja nicht glaube ich boah ich hätte die quarry eigentlich da in den dschungel setzen okay da ist eigentlich so viel basalt so viel wie wir da jetzt abbauen werden ist hier im leben nicht aber es passt schon holz habe ich ja genug hier kann ich dann die nächste quarry eigentlich setzen wenn ich Lust drauf habe davon ist ein spinnenbaum vielleicht war ich da noch nicht weil ich da gerne Thorncraft Dungeon durchblitzen sehen ich glaube nicht oder ne das war nur der See und dieser komische Bienenstock der Behinderte aber da ist Cobblestone was ist das? ah das ist diese Fake Falle was eine Falle zu sch... eine Falle scheint zu sein aber keine ist das war das beste deutsch überhaupt wo ist euer Problem wo ist euer Problem hier war ich auf jeden Fall noch nicht an dem spinnenbaum geh runter da wasch da los kommen wir ab den Scheiß yay tin und zwei neue Music Discs auch cool kann ich mich nicht beschweren kann ich mich nicht beschweren jetzt sagen wir fällen den Baum auch mal weil das Holz hier kommt könnte eigentlich nur Magie brauchen mit der mach ich dann übrigens auch mal demnächst weiter aber es gibt ja keine Greatwood Log Saplings soweit ich weiß oder kann man den anpflanzen? ich weiß es gerade gar nicht bisschen von dem Holz können wir ja mal mit dem einpacken einfach das hat ja Magie glaube ich als Wert ne? ja genau während die Turtle da noch werkelt wenn das gerade geladen wird ich weiß es gerade gar nicht so bauen wir das alles ab dann gehen wir mal da hoch äh nein kann gerade nicht Moment kann gerade nicht ah ach so Broken Thumbs ist hier auch drauf ohlalala so nehmen wir einfach mal das ganze Holz damit das bauen wir auch noch ab das auch das auch perfekt so ja das reicht mehr muss ich da jetzt nicht unbedingt mitnehmen dann gehen wir zurück zu der Quarry da hinten in die Richtung das ist ja alles was ich wissen muss in welche Richtung dann werde ich sie eh schon finden weil so einen Vulkan übersieht man ja nicht so leicht ja und da braucht die Turtle auch schon lang beziehungsweise hat schon lang geworden ne die stehen geblieben ah fuck du bist scheiße Turtle du bist scheiße und ich hasse dich ich bin aus dem Chunk raus deswegen hat die aufgehört ist ja keine Chunkle oder Turtle muss ich eigentlich auch mal machen dass das eine Chunkle oder Turtle ist dann also ich muss sie zu einer Chunkle oder Turtle machen ah ich weiß nicht wie Tim das Programm geschrieben hat ob die Blöcke die schon da sind abbaut ich glaube aber nicht oder? Rahmen 64 doch tut die ok dann muss ich die Landmark holen geh mal weg Turtle toll dann darf ich jetzt nochmal warten wieso bin ich denn noch so blöd das hätte mir eigentlich im Klaren sein sollen ist aber sonst eh nichts ok gut dann kann ich die Landmark jetzt hier wieder hinstellen und was geht das also es geht so gar nichts ok ja dann kann ich ja schon mal das Dingens die Verkabelung alles machen Quar- ne die nicht aber die Engines und das Dingens hier kann ich auch schon mal aufstellen und alles verkabeln so dann kommt hier die Quarry dran das bedeutet Engine Engine aber brauchen wir jetzt eine Ranch holen wir uns schnell eine Ranchy Ranch die haben wir da drinnen so müssen wir nämlich die Engines drehen flip them ach die kann ich jetzt noch gar nicht drehen er muss ich aber noch warten bisschen dann geht das aber alles klar so dann die Lever kann ich auch schon mal dran nehmen so dann kommt noch da einer hin da dann müssen wir noch warten wieso macht ach ich hab die Blöcke eingesammelt ich bin ein Jockel so Rahmen ah natürlich gute Idee gute Idee Rahmen 64 60 so jetzt läuft's und jetzt mach's doch richtig du Stück Scheiße du von einer Turtle du geh weg du stehst hier im Weg oh man die Turtle oder jetzt ist noch ein Baum aber es ist kein spielenden Baum glaub ich ich spiel auf normal gerade deswegen kann ich das nicht sehen oh man kann eigentlich wieder auf Fahr stellen mach ich mal eben halt nicht wegen dem Stream auf normal weil es das so geleckt hat in dem Loch los lade go kurz einen Schluck trinken während ich warte äh ok ne Thumbcraft Dungeon sehe ich da auch keinen drüben ist sowieso nichts ja passt go Turtle go go Turtle go alle warten auf dich du bist so langsam Turtle so langsam weißt du was ich unterbreche kurz wie ich hier rumstehend warte bis die Turtle soweit ist also lol sehen wir uns gleich wieder frühzeitiger Aufnahmestart guck mal in den Chat was gerade passiert ist genau in dem Moment wo ich stoppe sorry what the fuck du kennst uns erwachen ich wollte ja was testen was ist passiert mal gucken na was ist denn passiert oh jetzt wird spannend kann ich mal die Lendenmarkt da oben setzen schonmal sie dann vorproduzieren Mama bis einer stirbt und dann weint immer dasselbe mit der YouTubers die wird ja nicht frag mich was er gemacht hat vielleicht die Tesla Koi gestellt komm her wieder nicht zu euch ich schick euch zwei was hast du denn gemacht erzähl mal was ist das Schmiede? nee ist das Schmiede? oh Gott nein ah perfekt das reicht schon da muss ich nicht drüber drüber los und Kaboosh dann eine Quarry setzen dann die Dinger hier drehen und alle einschalten oder warte die sind schon lang glaube ich ne? gut dann verbinden wir das einfach mal und läuft perfekt da wird schon alles abgebaut also alles hergerichtet dann stellen wir mal die Kisten auf würde ich sagen und dieses mal mache ich das so dass ich hier den Boden habe drunter beziehungsweise dass das vielleicht sogar im Kreis läuft ich weiß es noch nicht aber ich glaube so reicht das schon machen wir mal kurz die Dinger hier raus Cobblestone Transport Pipe das geht da raus geht da hinüber machen wir mal so dann kommt da eine Deer Pipe hin dann oben drauf eine Void Pipe in die Deer Pipe gehen jetzt Sachen wie warte mal was ist das weiß genau kommt jetzt das rein dann kommt da das rein dann gehen wir mal da hinüber und holen ein bisschen Marble falls der Marble drunter ist kann ja jederzeit sein dann noch Gravel Sand können wir eigentlich noch nehmen das ist kein Ding noch was ich glaube sonst nichts mehr noch ne Nikolite ja Nikolite auch noch so Diamond Pipe bei Weiß Nikolite Gravel und ein Marble ich glaube das war es jetzt ja jetzt kann ich alles weg machen gut und danach geht es da dann weiter mal bis hier hin und schauen wir wie weit das mit den Kisten geht aber ich denke das wird schon locker reichen Oh Zeronik ist auch da stabil und und wie richtig fette 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 what the fuck was geht da denn ab oh nein ich habe zwei zu viel egal die stelle ich dann oh nein ich erweitere das ganze noch einfach dann ist es legit dann passt das und zwar geben wir hier noch eins weiter dann machen wir das hier weg dann machen wir das hier dran und na jetzt muss ich schon in die richtige Richtung gucken sonst ist es ja nicht so schön nein egal geht auch so ich würde sagen das passt ja oder kommt schon das erste rein boah die ist richtig schnell die quarry dank dem M Fossil Array du bist gut gut das ist ja auch nicht aber machen wir mal hier noch einen Waypoint Quarry Nummer 3 ne was war denn was stand da lol noch einer geht hier grad richtig dick party so die turtle fangen wir mal da dazu würde ich sagen oder ne die kürze wegfrage würde ich schon fast sagen die der herren die bekommst du führst du die strange energies da da es sind zu viele gezaubert reholen cool jetzt habe ich zwei von denen die haben so einen coolen effekt drauf den man sonst nirgends hat scheiße Rewe wie weg du hiesligen dann haben wir hier Basaltkoppel tu ich mal zu den Basalt bricks würde ich sagen. Noch irgendwas davon? Eigentlich nicht. Nöp. Da ist auch nichts mehr drin. Ja, dann können wir wieder einsetieren lassen. Zack, 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 zack. Das kommt da rein. Lol. Nein, eins tiefer. Ne, eins drüben. Hier. Wenn ich mein Copper, Tin und Gold habe. Machen wir faire Deals. Ja, ja, haben wir uns verstanden. Gut, dann machen wir das Ding hier weg. Brauchen wir nicht mehr. Und ja, dann beende ich die Folge wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.